ja hallo liebe kentermark 1 freunde ich bin's der tschi und ich bin's der kentermark angelo und wir spielen robocraft mit kentermark 1 der eine augenklappe hat bei mir bei mir nicht nur welche anders reingekommen ne 2 ja 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 nur einer dem tod machen können von den noobs so ist immer gespannt was die plasma cannons jetzt losballern ok das bamm oh warte mal alter wie langsam wie fliegt ähm die haben auch an den bäumen was gemacht ne ähm bewegen sich wow haben die sich noch nicht bewegt vorher als ob ich auf sowas achten würde ich will ich bin hier um leute zu töten alter diese plasma dinge anschluss du kannst du alter wir haben so viel mühe gegeben und ihr beachtet das gar nicht das ist ja kein schwein also dich nur auf seine energie zu verschwenden wir haben wir die ganze zeit rumpa laut du musst echt mal rausfinden wie weit die kugeln fliegen oh den hol ich mir von hinten ja immer schön rein ins was die kugel ist vorbeigeflogen Schießt doch. Boah, ja, ich hab eine. Ich hab eine. Oh nein, ich muss mich abhauen. Oh mein fucking Gott. Oh mein Gott. Ich hab verloren. Ich bin tot. Ich hab eins zu eins getauscht. Ist alles noch offen. Alles noch offen. Wir können alles noch gewinnen. Ja, alles ist noch drin. Da oben war vorhin einer, aber der ist anscheinend jetzt nicht mehr da. Aber die Kugeln sind so fett. Ich muss nachher mal extra für euch, Leute. Ja, werd ich mal. Aber ich hoffe, ich hab einen. Ich weiß nicht, ob ich ein TX-Glas mal habe. Ja, hier kannst du das wieder machen, Angelo. Schießt du eigentlich komplett hoch, Angelo? Ah, so hoch wie es geht. Dann kommt die fast so runter. Ach, die sind zu weit. Ja, meine regnen jetzt. Gleich regnen sie da drauf. Da regnet es. Gerade kommen sie runter. Meine kommen perfekt. Na gut, nur sind sie jetzt da nicht mehr, Angelo. Denkst du, die warten da so lange? Angelo, die sind vor uns. Ist einer zumindest. Ich muss relativ flach schießen hier. Ist voll Kacke. Alter, schießt mich von was? Von wo denn? Vom Turm drinnen aus an. Aus dem Turm hat er mich angeschossen. Habt ihr verstanden? Wer das verstanden hat, diesen Satz gerade? Dann schreibt das bitte mal in den Kommentaren. Das würde mich mal interessieren. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand verstanden hat. Das war Tenchi. Tencherisch. Oh, ich hab einen getroffen. Endlich mal was getroffen hier. Schüttel was getroffen. Alter, meine fetten Kugeln treffen alles. Da schießt jemand Sinus in die Luft. Anschluss schießt auch Sinus in die Luft. Ja, ja, die machen dasselbe. Warte, komm nicht da runter. War doch ein bisschen zugekommen. Das bringt doch nichts, der Angelo. War aufgewiesen, wann hätten sie es abgekriegt. Ach. Scheißamli. Wir schaffen das aber. Aua. Oh, nee, nicht Aua. Aber die Kugel ist mir gerade voll in die Kamera geflogen. Vom Gegner. Es ist echt krass. Man muss mit dem Gehirn, weil ihr wisst, der Tenchi hat nicht viel davon, muss man das so vorberechnen. Es ist nicht easy. Es ist nicht easy. Aber ich zeige euch mal, wie ein Luke das macht. Hier, ich habe ihn in der Ecke getrieben. Hier, er kommt nicht mehr weg. Hier kann nicht mehr entkommen. Hier ist gleich da. Hier ist down. Oder ich sage mal Ski. Hat es auch kein Pussy-Modul gehabt, aber es ist trotzdem eine Ski. Jetzt sage ich es einfach mal so. Es gibt ja auch weibliche Gamer. Rinnen. Oder so. Es gibt auch männliche. Also es gibt auch männliche Gamerinnen. Ja. Das sind dann Leute wie ich, die da bei Rollenspielen nochmal Weibchen spielen. Das sind dann die männlichen Gamerinnen. Ja. Spot it. Ja. Sau-Blin oder so. Geiler Name. Sau-Blin. Okay, okay. Ich muss mal ein bisschen Energie tanken. Ich brauche ein bisschen Energy. Der Turm ist einmal Drin. Tatsächlich. Aua, aua. Und dann hast du was gefunden, was wir töten können. Dahinter, hinter der Rampe ist einer. Ah, nice. Ah, nice, nice. Hä, hinter uns. Ja, hinter uns, hinter uns. Jo. Na, ich bin umgefallen. Da ist er. Da, Voljom. Der denkt sich jetzt so, mhm, der Tenchi, ne? Den Tenchi, den snack ich weg. Oh, was ist das denn hier? Bringt nicht viel, bringt nicht viel, Voljom. Kannst vergessen, dein komischer Imbi-Müll. Mann, der ist gleich tot. Ich schieße mit dem Laser drauf. Der kann uns wenigstens nicht heilen. Okay, er ist down. Was geht denn jetzt gerade rechts von mir ab? Da wird schön weitergeballert, ne? Nice, haben wir gut gemacht. Da ist Voljom übrigens, Angelo. Genau, du hast ihn erfasst. Mit deinem Laserauge. Mit deinem Lasersuchsystem. Ja, Voljom. Hättest du mal geholfen, Voljom. Da wäre dein Kollege jetzt nicht tot. Na, da ist noch einer gleich tot von den Kollegen. Von Voljom. Ich hab noch mal erwischt. Und extra markiert. Ja, das sind halt so viele Freunde, ne? Holt euch den Großen! Ja, ich bin halt leider nicht mehr da. Das ist schon weg. Oh, scheiße. Die sind jetzt bei mir hier. Alter, Matsch, Matsch, Damage. Too much Damage, aber es passt. Wir haben ja echt teilweise was Heilendes dabei. Das finde ich geil. Aber es... Oh, shit. Der ist... Der hat ein Shit-Schild. He is invisible. Äh, invis... Nicht invisible. Der kann man ja nicht mal sehen. Aber you know what I mean. Mein Englisch ist gut. Halt's Maul. Boah, dieser dumme, große Angelo. Oh nein. Der Kleine tötet mich, Angelo. Heiler. Thank you very much. I thank you very much, Heiler. Da ist einer gleich down. Da ist einer gleich down. Der wird zwar geheilt, aber die Kugeln kann er nicht aushalten. Alter. Brauch ich mal Heilung? Äh, Heilung? Hier, ich kann auch mal heilen. So, ich kann auch mal heilen. Scheil dir, Angelo. Scheil dir. Guck mal, der hat auch die ganz große, fette Plasma drauf, unser Kollege hier. Hallo, Kollege. Hey, bist du Kollege? Hier, fress die Kugeln, alter, was ist so los? Ich bin Kalgo, äh, Kulgat. Aufschickt, ich brauche Heilung, Angelo. Puh. Puh. Nee, ich bin bis umgefallen, sehe ich gerade. Ich bin gar nicht so. Ich habe mich gerade auf den Typen konzentriert, aber muss er weggehen. Ja, hier ist noch ein großer Angelo. Oh. Hilfe, Hilfe. Hier im Turm mit drin. Fucky, 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 fucky. Ich komme mir nicht weg. Ich heile und ihr heilt mich. Und in der Zeit töte ich dir den hoffentlich. Weil ich bin nämlich gleich da und noch. Mann, beeilt euch doch beim Töten, Angelo. Was machst du denn, du? Das ist jetzt in Kommen, Angelo, du hast ihn umgebracht. Was tut das? Boah, ey, ich werde auch schwer ausgerastet. Hier ist nun mo. Alter, ich wäre ja offgestanden von meinem Stuhl, ne? Dann wäre ich zu dir rüber gelaufen und hätte ich geklingelt und gewartet, bis du aufmachst. Und dann hätte ich dir vor allem in die Fresse gehauen. Wenn ich mich nicht erschreckt habe, dann hätte ich dir eine Fresse gehauen. Angelo, du brauchst Zielungen. Achso, ja, ja. Pass auf, der schießt von dir auf dich, ey. Was machst denn du hier? Du musst schon ein bisschen aufpassen. Die Kugel kannst du ausweichen. Da gibt es so einen Trick. Drück mal WSAD an, oder kannst du dich bewegen. Den lassen wir jetzt nicht mehr entkommen hier. Ich glaube, die haben es schon aufgegeben. Und geben jetzt bloß noch die Kills, damit das schnell zu Ende ist. Oh, oh, Frederic. Frederic, need help. Frederic, Pussy-Modul zünden. Pussy-Modul zünden. Mh, ah. Der hat aber bestimmt ein Pussy-Modul. Ich kenn ihn doch. Ich kenn auch den Frederic. Der hat immer ein Pussy-Modul. Selbst, ich treff dich nicht, hä? Hier, ich treff dich. Der kann sich nicht mehr heilen. Der wird trotzdem geheilt von seinem scheiß Freund. Ey, seitlich sind ein Haufen Gegner. Ach, ich bin, das bin hier alleine. Oh, Gacke. Wusste ich nicht. Nein, ich komme, ich komme. Okay, Frederic schießt noch von oben drauf. Jetzt noch ein geschmeidiges Bällchen in your face. Ah, Käsebällchen, da stehst du drauf, hä? Jetzt schießen wir nochmal hier ein bisschen. Wo ist mein Laser? Die ist kaputt. Ach, hier ist ein Gegner. Oh, nicht gesehen. Jetzt ist er down. Gleich. Und dann kommt schon der nächste. Das nächste Käsebällchen kommt da. Brauchst du ein bisschen Heilung? Ich bräuchte schon Heilung. Da war gerade das Pussy-Modul. Sehr schön. Nice. Thank you very much for heiling me. So. Ah, hier, Frederic. Dann nochmal Heilung. Hier, flieg hoch. Töntel sie von oben. Du bist der fliegende Tod. Finde ich gut. Jetzt wird wieder gebombt. Das mögen Gegner, wenn sie tot gebombt werden. Okay. Aua, was trifft mich denn hier so krass? Schnell uns einen Freund heilen. Mist, jemand hat meine Heilwaffen abgeballert. Ey, das ist echt nur aller Sau. Guck mal, den Heiler angreifen. Okay. Alter, das ist so krass, ne? Muss ich schon sagen. Es ist wirklich krass. Diese Explosions machen schon Spaß. Yeah, 1148. Äh, 38. Explosionen. Überall Explosionen. Die machen schon Spaß, die Explosions. Ne? Die machen Spaß. Ich finde es nur kacke, dass die halt so stark sind für Flugeinheiten. Ne? Die sollten so schwer sein, dass die das nicht tragen können. Ja, hm. Hm. Entweder sind sie dann ein Sau lahm. Irgendwie so, dass die dann langsamer werden. Weil ein Bomber, der so eine Riesendinger hat, ich glaube nicht, dass er üblich schnell wäre. Na gut. Protonier. Legendär. Was ist das? Legendary. Was hast du, was für eins? Was, was? Sagst du an. Laser Carbon. Die 6. Alter, ich bin Platz 1, Ancelo. Ich bin Platz 1. Ja? Ich bin Platz 1, Ancelo. Und ich kriege nur Müll. Und du kriegst... Ich hatte nur ein Auge. Und deswegen wurde ich als Pirat anerkannt. Ah, das kann natürlich sein. Ja, das kann natürlich sein. In der Luft schießen die ungenauer, Ancelo. Aber dadurch, dass die eine mega fette Reichweite haben, ja, von der Explosionsradius, ja, weiß ich nicht. Schießen die bestimmt ganz gut. Ich wollte mal checken, ähm, wie krass jetzt so eine TX-Waffe schießt. Ich weiß bloß nicht, ob ich, äh, hab ich schon mal eben ein Bot, wo ich die draufpappen kann? Sieht gerade nicht so aus. Ja, ich mach einfach so. Ich weiß nicht, ob ich noch eine habe. Da checken wir mal ganz kurz. Den Gangelo hab ich ja noch. Ja, den kann ich auch benutzen. Der hat sogar Ketten. Hab ich so eine dicke, fette Mega-Plasma? Ja, ich hab eine Mega-Plasma. So, und dann machen wir mal einen Test. Wie war das Test? Robot mit P. Mal gucken, mal gucken, was das für fette Googeln sind. Ja, Googeln. Aber ich war gespannt. Und? Er schimmt. Oh, oh, oh. Alter, das, das, die, die, die Breite, der Radius ist so groß, wie, 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 wie diese Fläche da vorne. Wie die ganze Rampe, Alter. Wie krank. Yeah. Mmh. Kreist du mich an? Kreist du mich an? Bäm. Meine Selbstverteidigung. Klick, 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 klick. Komm schon. Wow. Hier, dann springe ich weg und so. Dann schieße ich die auch noch tot. Hä? Bei der muss ich nicht so weit hochziehen oder was. Ach, die wiegt Krater. Wie krank einfach. Wie krank einfach das Ding ist. Anjo, das ist toll. Musst du die TX-Blasma drauf machen. Die ist geil. Die ist auf den Ganjo drauf. Oh. Ist ja witzig. Na ja, mal gucken, was das wird. So, wir haben als Gegner keine Noobs. Nice. Aber wir haben zwei Noobs auf unsere Seite mitgeschleppt. Ich habe übrigens mal der Profibomber rausgeholt, der ziemlich komisch geschrieben ist. Weil ich bin halt ein Profi. So, und da habe ich ja auch Plasmas drauf. Ihr kennt das. Ach nee, da fehlt ja noch was vorne. Das Schutzschild, glaube ich. Oder war es das Pussy-Modul? Ich habe keine Ahnung mehr. Was ist denn das hier? Nee, das ist das Pussy-Modul. Das Schutzschild hat fehlt. Oder was hatte ich da drauf? Energie? Oder hatte ich, ich hatte, glaube ich, mehr Energie. Hä, ist jetzt da so? Stimmt, bei den Ketten-Systemen ist ja auch jetzt dieses Schrägfahren. Oh Gott. Warte, dann ist der schlecht jetzt. Das sagt aber nur Anschlöger, dass der schlecht ist. Nee, weil ich den so ausgebaut habe, dass ich rückwärts fahren kann und damit im Prinzip die Waffen dann, die anderen Waffen hinzeigen. Aber scheiße, es geht jetzt nicht mehr. Natürlich haben die jetzt alle Laserwaffen. Nja, nicht alle, ne? Nicht alle. Ich möchte ja nicht, äh... Ich möchte ja nicht irgendwelche Vorurteile haben hier. Ich frage es nur, wie hoch muss man jetzt schießen, ne? Höher wahrscheinlich. Nein! Da ist eine Flak! Uhu, schnell weg! Miau! Why are tracks so fast? Ja, I don't know! I can't sing that to you! Ha! Entschuldigung. Mein Englisch ist so gut. Wo sind die Gegner hin? Habt ihr die alle umgebracht? Das sind welche dort, ja. Ihr seid doch krank! Aber meine Bomben schlagen perfekt, Punkt genau, ein. Und meine, äh, ja. Alter, ich bin einfach zu blöd, ey. Einfach Matsch zu blöd. Aber man kann ja Rechtslicht machen. Oh, hab ich vergessen. Oh, oh. Ich bin tot. Alter, warum fliegst du... Warum... Warum fliegt der denn nicht einfach geradeaus weiter? Ich verstehe das nicht. Wieso verliert der da so viel Auftrieb? Er kann ja nicht sein. Oh, scheiße. Oh, hab ich einen Lock. Hä? Was jetzt los? Hä? Wieso bewegt er sich nicht? So, Pussy-Modul. Alter, hab ich einen Lock, Alter. Ich bin das Lucky-Schwein von Luckyhausen. Nee, ist auch kein Gegner. Da ist ein Gegner. Ich habe Gegner gesichtet. Oh, Mathe, hab ich mich auch verraten. Sagst du nicht. Ich hab ihn markiert für extra for you. Hä? Was war das gerade für... Ach, die Dinger explodieren auch an der eigenen... An der eigenen... Bäh, Maschinerie. Der ist jetzt im Tunnel drin. Clash. Dööö. Ey, Janses, Wochenende. Sorry, ich finde das so witzig. Okay, okay. I can see you. Für sie ist Gefahr, es ist halt echt schlecht mit dem Strafe-Walk-Scheiß. Ja. Oder wie ich gerade, gegen die Wand fliegen. Weil das war doch kacke. Das Flugzeug ist auch kacke. Oder ich bin kacke und kann bloß nicht richtig fliegen. Das kann auch sein. Ein bisschen Damage habe ich gemacht. Am besten wäre ja eine Protonium-Kiste. Und dann habe ich natürlich bekommen. Und ich bekomme... Epic. Woher... Na ja. Mängig ist es ein Epic. Machen wir noch eine Runde, dann sehen wir ja, wie es aussieht. Da sind ein paar Noobs drin, Angelo. Das Bärchi, das Emma Matra, das Frideric und das Mid-Julie. Man muss auch dazu sagen, Leute, in dem heutigen Livestream sind nicht ganz so viele Leute dabei. Deswegen haben wir nicht ganz so viele Mitspieler. Aber ist okay. Wir töten trotzdem alle. Was sagst du jetzt? Nachher nirgert er rum. Die töten uns. Ja, natürlich. Der Arthur ist auch ein Noob, Angelo. Das ist für vier hinter mir. Ich kann mal tot machen. Ich kann gar nicht starten. Doch, jetzt geht's. Guck mal hier. Das ist ein Steilflug. Hä? Der Tenji weiß, wie es geht. Jetzt halte ich runter wie ein Stein. Was ist denn hier los? Warum fällt denn der so schnell runter einfach? Was für ein dreckiges Flugzeug habe ich da gebaut. Aber die Steuerung ist immer noch beschissen. Ja. Sag ich doch. Ich meine jetzt von den Ketten. Auf der Stelle kann ich nicht mehr drehen. Doch, jetzt geht's wieder. Hä? Ich habe hier voll die krassen Murmeln durch die Gegend fliegen. Das ist das Murmel-Quart, was wir hier spielen. Murmel, Murmel. Miau. Oh, da stürzt was ab, Leute. Holt es euch. Ich habe es. Ich habe es. Yeah. Ich habe es weggebombt. Oh, das ist mit Julie. Oh. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Klopp. Das sind alle. Ich habe es mal markiert hier. Die kleinen Angreifer, die mich mit Raketen runterholen wollen. Kann nur mit Julie sein. Mit Raketenwerfer. Mit Julie mit Raketenwerfer. Die geile kleine Sau. Mit Julie. Du kleine süßes Mädchen. Da habe ich es geschafft, ja. In der letzten Folge R zu sagen. Und jetzt ist wieder mein Kopf ein Weibchen. Was ist los? Alter, wie weit muss ich denn hochziehen, um da hinten was zu treffen? Nicht hoch wahrscheinlich. Ziemlich hoch, Angelo. Du hast es ja fast. Wo ist denn der Oleschner? Da ist Oleschner. Ah, ein Gas. Jetzt verstehe ich das erst. Jetzt verstehe ich das erst. Das ist ja ein Gas. Oder wie die heißen. Aus meine Kraft. Und wenn der schießt, dann passt das schon sehr geil. Sieht ja geil aus, ja. Okay, die arme Sau da unten, ey. Oh, was ist das denn? Kann ich den treffen? Nein. Nein. Oh, ich darf das nicht machen, sowas. Ich darf sowas nicht machen, Reg. Ernsthaft. Bei uns, oder? Ja. Ich komme nicht vom Fleck. Jetzt. Hui. Bei uns am Start. Äh, mit Julie. Kein anderes Tier ist so wie sie. Ich meine, wie er. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Ich kriege es nicht mehr weg. Ich habe es mir einmal angewöhnt und dann war es das. Ja, komm. Die haben doch. Die halten doch eine Staus hier. Mein, der ist doch down hier. Der Dicke da in der Mitte. Der ist schon mal weg. Jetzt noch die Kleinen hier. Die sind mit Julie hier unter mir. Ja, ich bin über dir mit Julie. Na komm, hol mich. Hol mich. Hol mich. Na ja, oder hol dir den Angelo. Einen von beiden kriegst du. Nice. Oh, mein Fahrzeug. Ach, hier hinter mir ist ein Gegner. So schießt manchmal meiner nicht. Wie ist ja komisch. Und komm. Da ist er down. Ja, der Tenscher hat jetzt nicht so viel gemacht. Ich weiß, aber ich bin ja auch nicht so gut. Muss ich mal auch mal sagen. Noch schlechter. Ne, ne, klasse. Ach, kacka, ey. Ja, aber die Steuerung, wie man es einstellt, ne? Äh, das Fahrzeug funktioniert nicht mehr bei mir. Angelos Fahrzeug funzt nicht mehr, weil er es vielleicht so blöd ist, es einzustellen. Protoniumkiste. Ich bekomme ein Reha. Ich hab einen Legendär bekommen. Ja. Alter, der hat schon wieder einen scheiß Legendär. Ich hab nur scheiß Jokescast. Die interessieren mich einen Scheiß, diese YouTuber. Guck mal, ne Riesenplasma, ja. Der Angelo, ey. Jetzt sieht er einen Legendär wie nach dem anderen raus. Das ist ein Arschgesicht. Soll ich den Lotto spielen? Angelo, du bist ein Arschgesicht. Ja, aber nur, wenn das Lotto zweifach Chancen mehr hat oder so. Keine Ahnung. Ja, das nächste Mal, Leute, werde ich trotzdem mal mein Kettenfahrzeug spielen. Äh, because die Ketten-Engine hat sich tatsächlich ein bisschen geändert. Auch wenn Angelo was anderes sagt, aber, ähm, wir schauen uns das mal an der nächsten Folge. Natürlich kommen hier noch ein paar Waffen drauf, das ist ganz klar. Die müssen hier auch mal wieder drauf. Gut, dann, äh, würde ich sagen, ich war der Tenshi. Ich war der Angelo. Hier auf unser Noobs-Kanal. Und wir sehen uns dann einfach mal so beim nächsten Mal. Also bis dann. Tschüssi.